Hau rein, Mr. Jax. Grüß dein Dad von mir. Er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid. Hier ist auf jeden Fall My Charm Haar. Falls das jemand von euch kennt. Da hat man das ganz kleine Charm Haar angefangen und hat das dann hochgezüchtet. Und das musste man dann länger machen. Da musste man dann Rasierklingen und sowas kaufen. Das waren noch Zeiten. Als Videospiele noch gut waren. Als Videospiele noch gut waren. Genug Internet für heute. Wer das nicht kennt, hatte keine Kindheit. Kappa. Hola, Señor Fricke. Oi, 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 muy loco. Señor Fricke, muy loco. Wann Tokyo Ghoul. Also Tokyo Ghoul bekommt keine Kooperation. Life ist ein bisschen zu groß für Tokyo Ghoul. Da braucht man uns ja wirklich nichts vormachen. Life ist ein bisschen zu großes Ding für Tokyo Ghoul, ne? Also ich glaube, da würde Life nicht von profitieren, weißt du? Da würde ja nur Tokyo Ghoul von profitieren. Was hätte Life davon? Mit so einem No-Name-Anime eine Kooperation zu machen? Das würde ja nur schaden. War das offiziell mit dem Naruto-Set? Naja, sagen wir es so. Es war genauso offiziell wie das mit dem Demon Slayer-Set. Oder Star Wars. Oder das Starve Vader. Ungefähr auf der Stufe von offiziell. Ungefähr diese Ebene offiziell. Aus One Piece bis Alon geguckt auf RTL2 damals, habe ich was verpasst. Nope. Der Anime endet zwei Folgen später. Die labert dann auch noch kurz und dann ist Feierabend. Die umarmen sich alle und dann fahren sie und dann finden sie das One Piece und dann ist es vorbei. Klassischer 36 Folgen Anime. Das ist ja ganz schön viel Betrieb hier in der Wüste, ja moin. Ganz schön viel Betrieb hier. Finden sie in Alon's Zimmer das One Piece? Jupp. So war das damals. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Also, 8 Chars finde ich ja noch in Ordnung, ne? Aber was zum Teufel ist das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf? Brother. Was zum Teufel machst du hier? Und natürlich ist es ein Deutscher, war ja klar. Natürlich ist es ein Deutscher. Natürlich ist das ein Deutscher. War ja klar. Acht reichen mir einfach nicht. Er muss gleich zwölf machen. Bei ihm acht nicht reichen. Jesus Christ. Hey, nee, oder? Ah, ah. Nein. Bro. Alter, der hat sich nicht für jeden Schaden ein CS-Bett gekauft, oder? Nee. Er hat eine 80 Euro für CS-Betts ausgegeben, die später accountgebunden sind. Yikes, man. Ich dachte erst, das wäre ein Anzeigefehler. Bei einem Live-PC gibt es so einen Anzeigefehler, wo du es angezeigt mit auf der Digit. Die stehen einfach nur alle ineinander. Deswegen sieht es so komisch aus. Junge, Junge, Junge. Woher ich die Cobra habe? Na, vom Einlog-Event. Äh, äh, oh, quatsch. Äh, äh, Moment, Moment, äh, nicht, nicht, nicht davon, nicht davon. Falscher Button, falscher Button. Äh, hier. Und dann Spielzeit, gesamte Verbindung. Und ich glaube, an Tag 26 kriegt man sie nochmal. Also Tag 3 und Tag 26. Dämlich. Was bist du? Wie gehen wir das nochmal? Eine Maus? Maus oder ein Pferd? Nein, ein Mann oder eine Maus. Sowas. Keine Ahnung, wie ich auf Pferd gekommen bin. Wer kennt es nicht? Bist du eine Maus oder ein Pferd? Wer kennt es nicht? Das klassische Sprichwort. Bist du eine Maus oder ein Pferd? Du wirst halt FEC-Starverstand mega im Nacken. Keine Ahnung warum. Weil du die ganze Zeit F-Coins auf deinen Nacken auflädst, Chester Acer. Du lädst die ganze Zeit F-Coins auf deinen Nacken auf. Daran liegt es. Bräder. Der Stun hat aber ganz schön auf sich warten lassen. Oh, Double Red? Ginas Boots und Tyrant Gowns. Damn. Alter, habt ihr das gesehen? Einfach der Double Red. Holy Moly. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich so noch nie gesehen. Mob Red. Mob Red. Mittlerweile juckt mir richtig die Kreditkarte. Ich hätte echt Bock auf so ein Set. Brä. Don't do it. 9,5. 9 bis 9,5. Level Up. Also. In den Shops wirst du die Preise, die ich gerade gesagt habe, nicht finden. Weil in den Shops nur Reseller-Products verkaufen. Ähm. Folglich. Wenn du wirklich Products kaufen willst, musst du F-Coin kaufen. Also auf dem Server findest du keine günstigen. Das gibt es nicht. Also das Einzige, was passieren kann, ist, dass du wirklich mal einen Shop offen hast. Mit wirklich fairen Preisen. Aber der hat dann meistens nur so 3, 4 Products. Und zwar warum? Weil sie von Violets gedroppt wurden. Weil das keine Cash-Up-Products dann wahrscheinlich sind. Höchstwahrscheinlich. Oh, ihr seht's nicht. Oh, ihr seht's nicht. Neuer Cliff. Besser nicht. Sounds pretty racist. Noch Platz in der Gede. Yes. Cola mit Ei. Ich trinke eine Cola mit Ei. Ich kenne das von Moneyboy. Cola mit Eis. Und der Typ trinkt Cola mit Ei. Ei-Handschuhe, 5 Helme und 6 Boots. So viel zum Thema. Alles ist gleich selten. Äh. Alles ist gleich selten. Alles droppt gleich viel. Mein Schwachsinn. Das ist halt überhaupt nicht so. Diese verdammten Lügner. Das sind Lügner und Betrüger. 7 Boots. Oh, da oben sind auch noch mal Boots. Oh, man. Außer sind in einem Boots als Helm gezählt. Alles ist ja egal. Der Punkt bleibt. Es sind nur zwei Handschuhe und keine Suit. Same thing. Same thing. Hau rein, Rocks. Ich bin ins Bett. Nach neun. Bist immer noch wach. Ne, das wäre crazy. Ich bin nach neun ins Bett. Also fast fünf Stunden, nachdem ich den Stream beendet. Und um zwölf bin ich aufgestanden. Also ich habe drei Stunden Schlaf in mir. Quasi. Dafür bin ich erstaunlich fit, muss ich sagen. Jahrelange Übung, würde ich sagen. Das Flittchen lag mal wieder am Boden. Das Flittchen lag mal wieder in der Horizontalen. Ne. Fühlt sich gut, das zu sagen. Das Flittchen, wie so oft, hat sich mal wieder hingelegt. Kannst du nicht so geschmacklos über meine Frau sprechen. Ich fürchte, dass es nicht möglich ist. Ich sehe es doch vor meinen Augen, Bärenhardi, was sie tut. Ich kann nicht stillschweigen darüber. Es wäre respektlos. Es wäre einfach nur respektlos. Unverschämtheit. Ey, da ist einfach Tanjiro. Alter, da war einfach Tanjiro. No way. Der alle echte. Ich sage ja, das ist eine official Corporation. Zwischen Gala und äh, äh, Demon Slayer. Aber gerade einfach der echte Tanjiro. Spielt es einfach auch live. Ups. So tief gefallen ist er. Bro. Alter, heftiges Upgrade für den Loser. Muss er endlich nicht mehr seine nervige Schwester auf dem Rücken rumtragen. Sondern kann das Big Boy Cash bei Gala verdienen. Jeden Tag so viel Live spielen. So viel Hot Dogs, wie er will. Jeden Tag so viel Hot Dogs und Tacos, wie er will. So viel F-Coin, wie er will. Unbegrenzte F-Coin. 20% Rabatt bei Karstadt. Er gönnt sich. Tschüss zu dem Flittchen. Ciao, Flittchen. Kleines Flittchen. Ciao. War schön mit dir, Flittchen. Later. Dazu sage ich nur later.